Der Arsch hundert jetzt einfach auf. Egal. Ich komme was wolle. Die werden jetzt spontaner werden. Die werden jetzt sprach. Der Arsch hundert hier. Erinnere W. Erinnere W. Erinnere W. Erinnere W. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich bin aufgelogt! Ich bin aufgelogt! Ich bin aufgelogt! Werd ich aufgelogt! Ich bin aufgelogt! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Machen wir hier einen auf Sin oder was? Mh? Einen auf Sin? Irgendwie fern Wie lange hat er in den zweiten Walis da, wo du gerade in der Hand hast. Guck mal. Ich sollte nur können. Besser, Battlefield 3. Du kannst alles. Auch dich aufregen. Du lernst alles. Aber diese MK-Dinger, die gefallen mir irgendwie nicht. Ach, ne? Ich hatte die auch gerade, aber irgendwie keine Ahnung. Ich kenne nur was daraus. Also geht so. Weil ich in die Handkennen. Handkennen ist irgendwie, ich weiß nicht. Die, die brauchen irgendwie, anscheinend einen Ticken länger, diese MK. Zum Nachladen. Das ist manchmal ganz brenzlig, wenn die dann direkt vor dir sind. Oh. Okay. Ja, SS. Das wird, glaube ich, ein leichtes Gain, ne? Weil der Kalashnikov hat einen M990. Ja. Ich hab extra keine geholt, weil ihr habt ja gesagt, ich hab die zwar noch nie... Ist das die aus der einen Mod? Ja, mit zwei Schufen ist der Flashbound weg. Dann hab ich schon mit ihr gespielt, aber... Und mit einem Schufen ist der Scrake weg. Also ist ja keine Gefahr dann, ne? Also ist ja keine Gefahr dann, ne? Ja, ne. Ich hab die jetzt nicht holt, weil ihr gesagt habt, ne? Ohne. Passt ja. Okay. Wir haben ihn mit einem Singleplayer in Jungfang, das Ding. Oh, du kannst gegen den Panzerschul nichts sehen. Ich kann theoretisch auch eine andere Klasse spielen, also ich spiele halt immer sehr gerne Ich bin ein Sharpshooter, weil ich bin an sich, ich glaube auch im Battlefield nur als Sharpshooter Der kannst ja zocken halt, ne? Ich bin ein totaler Freak Warum sagen wir gewinnen die Scheiß-Mappe? Ich kann auch Kommando oder Shotgun-Supporter oder so Du kannst ja SS-Bleiben Was ist überhaupt mit dem Server? Es kommen da Strakes Das sind bei der MAP-General zu nicht wenig, irgendwie Ja? Aber vielleicht doch mal MAP Hm Dann haben wir wenig Einteilung in den Zombie-Volumes Das ganze Ding ist noch total verpackt Normalerweise blockst du ja den Spawn, wenn du irgendwo an einer Stelle bist Und hier gibt es unglaublich viele Stellen, wo die einfach auf dir spawnen Ja okay, das ist doch wirklich irgendwie Ist doch scheiße, wenn die auf dir spawnen Was soll denn? Nein nein, aber da weißt du, aha Da kommt wenigstens ein Gegner halt, ne? Ich hab was gemacht in den Ja, ich hab was gemacht in den Haben Sie den Streit hier? Nein, aber nachdem, da sind nicht viel Streit hier. Da ist ein Handball 6, wie 8 oder nicht. Oder ist es zu abhauen? Ich versteh gar nicht was ein Voice sagt, aber ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser Ich versteh genau Oder das Voice mal ein bisschen lauter Recht Ich denke mal das Spiel ein bisschen zu lauter hingestellt hat Oh, ja Du ist nicht so wild, die sind alle recht nah Die Map ist im Endeffekt ziemlich klein wenn man die erstmal drin hat Hm Ja das finde ich cool was wir machen So diese ganzen Events Und schlecht Soll ich jetzt auf SS bleiben Dann Mach so lustig bist Ja ne ich will Ich bin mir jetzt aber auf Schon zum Gewinn beitragen Von daher Das ist ein Problem Ah das ist meine Lieblingswaffe Für die der Eingelfinger hat Überhaupt die Barrett Dinge Was bauen Was kommen zu Ich bin nicht nur Es geht Wöge 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 Hold on a tic, I'm reloading. Reloading. He-Man, get it to me. Hold on a tic, I'm reloading. I'm reloading. I'm reloading. He-Man, I'm reloading. Come on. I'm reloading. I'm reloading, cover me. He-Man. Reloading. Give me a sec, I'm reloading. I'm reloading. Come on. Schade. Heut Moin bei der Kisi gar nicht online. War echt UT3 zocken. Aber schmies, man. Ich bin schon so gefreut, äh, wieder mit 90 Kills abgezogen zu werden. Oh, der wollte nicht. Ach, Poppe nimmt auch. Ja, du kennst den Kiesel wirklich nicht. Das war ein Wichtmasch. Ja, du kennst den Kiesel ist. Das ist doch einer der ... ... Eufelsterm Schieb, oder? Ja. Ja. Nu, T3. oh noch mal Weißt du, soll ich denn sowas für ein Crossbow mitnehmen oder so? Oder sind das schon genug? Das war ein Trailer. Das war ein Trailer. Ah Junge, siehst du? Battlefield 3. Da lernt man sowas. Du bist aber hässlich. Aber cool. Das war ein Trailer. 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 Ja. Das war ein Trailer. Ich bin die ganze Zeit von ihm weggelaufen und dann ist er dem Karl Kalaschniker entgegengelaufen und wollte ihn wieder zurückholen. Hat nicht so ganz geklappt. Nein! Was geht mit dem Tunnel ab? Ich hab mir trotzdem mal wieder die. Auf 10 Sekunden. Ja den Rest kenn ich. Und ich werde warten. Ich bin auf 10 Sekunden. Oh, flashbawned. Cover me, I'm reloading. There you go, boys. I'm reloading. Watch it, I'm reloading. Watch it, I'm reloading. Watch it, I'm reloading. Hold up, you're mad in. Hold up, you're mad in. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Grab it all! Thanks pal! Das ist eine gute Sache, die ich dir verabschiede habe. Lass es in guthe use. Das war's. So, scheiße. Das war's der erste Teil, mein Gott. Spray-Cup-Shit-Spann-Ger-Cunt in 3. Haha. Und für den Raufkup-Ballers. Sorry. So. Watch it, I'm reloading. Cover me, I'm reloading! Can't you see I'm reloading? Hold on, I'm reloading! Hold on, I'm reloading. Blossch, 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 Blossch Blossch, Blossch, Blossch Blossch, Blossch Blossch, Blossch, Blossch Blossch, Blossch Verworteil Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF, 2020 Reloading! New mag! Hmph. Reloading! Reloading! Give me a sec, I'm reloading. Sand still in the ground. Reloading! New mag! New mag! New mag! Ahhhh! I'm reloading! What the? I'm reloading! No way mate. I'm behind you in it! Yop. Wait up. New mag! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Cover me! I'm reloading! I'm reloading! I'm reloading! Cover me! I'm reloading! Oh, das war noch nicht. Oh, shit. ... Ähm, Medic? Irgendwie fern Medic mit Crossbow Ah ok, gut Also kann ich schon mal switchen So Obwohl, ne Wär Quatsch Spawn ja als Ding ins Rhein Kannst du erst als sharp spawnen und dann nachher wechseln Genau Was ist denn jetzt? Ah, ich dachte gerade schon, warum bin ich so langsam? Ja 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 Das war's hot. Tile, mate. Cash here, grab it all. Basement benefits check. Dosh, grab it while you can, lads. You're too kind. Yeah, roger that. Affirmative. It's time to knock him dead. Hm. The walls. Enough clouding around. A volunteer. You there. You're not. You're not. You're not. Enough clouding around. What? I'm reloading. Oh yeah, the rocket. Yeah, I've noticed. Haha. Yeah, luckily, he hit me completely. Oh man, that's a good cover. What's next pot? Oh yeah, so yeah. I'm reloading. I'm reloading. No, 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 no. Oh yeah, the rocket. Oh yeah, i'm reloading. Gah! Scheiße! Verdammt! Irgendwas hat noch hinter mir gestanden! Rottencrawler! Just coming! Gah! Gah! I'm in! Enough glouting around! Who cares about that? Lives are at stake here! Ah, der ist schweinig. Ah, da bist du! Such mal ne Weste! Ja, aber ich versuch's. Also im Moment seh ich nix. Also Munition. Nein, da oben auch nicht. Ja, ich find nix. Ich flieg mal weiter. Gucken wir, was ist. Also hier in deiner Nähe ist auch nix. Hier liegt nur ein Crossbow unten an der Treppe. Hier liegt noch so ne M99. Ich brauche ganz dringend ne Weste. Ja, ich bin schon am fliegen. Aber hier ist nur Munition. Hm. Im Moment sieht schlecht aus. Gibt hier irgendwo ein Bogen oder eine Hammurkiste? Ähm, ja. Da wo du ins Rohr reingehst. Wo? Von dem dunklen Raum aus. In das Rohr. Okay. In dieses Spiralrohr. Da liegt ein Bogen. Ja, genau da. Aber ne Weste hab ich bis jetzt noch keine gefunden. Kann doch sein, dass das erst mal nur ne Knarre oder was ist. Weißt du? Ja, ja. Dass das dann nachher erst sowieso wird. Am Spawnpunkt. Am Spawnpunkt? Nein, nein, nein. Die, nein, ich weiß was du meinst. Die, nein, dieser, ähm, Item Spawnpunkt. Die wechseln immer durch die Items. Ja. Da hab ich bis jetzt noch nichts gefunden. No. Du kommst jetzt eigentlich noch mal bei mir? Stefan wug. Ja, ratz. Ja.